moin moin hier mal wieder ein kurzes knappes video wer kennt es nicht ja du die weg verloren irgendwo im auto irgendwo hat man es in der hosentasche gehabt seine dampfe man holt sie raus und man stellt fest ja irgendwo dritte verloren ihr seht hier eine vaparesso eine vaparesso lux mit dem vipa joint extreme und einem externen dualtip und viele kennen das problem das heißt hier oben drin ist eine gummidichtung die das drittipp halten soll und dann geht man hin und gibt viel geld für so ein dualtip aus was dann am ende nicht hält und ich habe mir extra etwas angefertigt für meine drehbank und dann werde ich jetzt mal schauen ob das wirklich auch klappt was ich mir so denke da geht man einfach hin und dann misst man das futter was man hier hat und ich habe hier 1,5 1,5 millimeter das heißt also ich kann locker ein millimeter tief ein fräsen und dann schauen wir mal ob das so klappt wie ich mir das vorstelle und dann geht es einfach weiter und dann geht es um Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Dichtung muss man sehr tief setzen, damit man mit der Dichtung, die ich jetzt hier eingefügt habe, an dem Druid-Tip, unterhalb der eigentlichen Dichtung, die hier im Kopf drin ist. Und Ihr seht, ihr seht, es hält! Untertitelung des ZDF, 2020